Ich wette, dass ich dir eine Frage stellen kann, die du egal wie du dich auch anstrengst, nicht beantworten kannst. Wenn ich gewinne, musst du mir folgen. Du darfst sogar deine Eltern, Google oder deine Freunde fragen, aber das wird dir nicht helfen. An dieser Frage sind schon die größten Köpfe der Geschichte gescheitert und du wirst das auch. Die Frage lautet, was ist etwas in deinem Leben, an das du dich nicht mehr erinnern kannst?